Damit herzlich willkommen zurück zu Blood Dragon. Wir haben ja hier letztes Mal aufgehört, dass wir ähm, uh, ähm, der hat uns mitge- der hat uns äh, irgendwie, der hat mitbekommen, dass wir hier sind, so, das soll ich sagen. Ich so, jetzt erst mal hier, kommst du aber jetzt nicht hier rein, oder? Kann ich nämlich nicht unbedingt geboren. So, ähm, wir sollen, wir gucken nämlich hier mal, mhm, Körperpanzer, ja, äh, ja, oh, Disketten. Ähm, jup, 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 maximale Anzahl, okay, wunderbar. Drei Stück, so ist die maximale Anzahl. Okay. Ich muss nur, glaub, mal gucken, ob wir hier nicht vielleicht noch irgendein Auto haben. Aber es sieht mal eher netz so danach aus. Ja, dieser Blood Dragon. Ah, ich glaub nicht, dass der, äh, sich auf uns konzentriert, deswegen machen wir da auch direkt... Ach, wir gucken von dort aus, jup. Wir gucken direkt von dort aus, hier rüber machen, würd ich sagen. So, jetzt sind wir jetzt hier, da müssen wir praktisch schon mal... Hm, nur noch grad aus. Eigentlich. Wow. So, jetzt sind wir die Überdäckung, ob ich auch da fahren will. Werft, ist in der Bitchy-Rab-Line. Ähm, sorry. Ähm. ich entferne mich davon ich werde mich davon tue ich jetzt in die nähe so ganz allmählich ein auto sein nein fahrt nach oben war nach oben sehr gut jetzt mal gucken ich habe ich den weg soll uns ganz am hell ich bin ich auf richtigen weg das habe ich gesagt ich sollte doch überlegen ob ich ein auto fahren will ich hatte recht jetzt so Oh. 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 Ich tue im Prinzip mir jetzt nur die Sachen einsammeln weil es halt nochmal Geld gibt. Ich vere... die Herzen baue ich einfach so an für sich nett. Aber es gibt halt immer wieder 45... Ich reiche das mal kurz raus verzeihung. 45, 50, immer bei mir, so viel So, wieder Ich kann nicht schlafen, wenn alle tot sind Ah Ah Ohohoho, sonst hält der hier einen ganzen Waldbrand an So, die haben wir auch schon mal Bei der Arbeit sterben, na sowas Sollte ich doch langsam, denke ich mal Ein paar, äh Ein bisschen Munition wie einsamen Und mich vor allem heilen Ich reiß das mal kurz raus, verzeihung Ah Das sei jetzt aber auch nicht so viel geil Das läuft auch, das läuft auch Ich habe auf jeden Fall vor Vor der Tür, wobei es auf jeden Fall noch Nicht nur alles eingesammelt zu haben Sondern auch, äh Die nächste Station übernommen zu haben Weil es jetzt Ist ja alles ziemlich grün jetzt So, gehen wir wieder rein Hm Wir fahren zur nächsten Station Was hier das sein müsste normalerweise Oh Oh, was habe ich denn da Ein Ding mit, äh Mit Schuss Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt Nee, ich müsste Ich müsste in die andere Richtung Das warte ich hier lang Und jetzt eigentlich nach links Aber ich komme schon schwer dahin, glaube ich Zeige neue Mission an Alle Gegner eliminieren So gut wie erledigt Ja So gut wie erledigt Ah Wo seid ihr? Ich höre euch Wo seid ihr? Ich höre euch 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 Ach komm schon Komm schon Komm Dann wollen wir uns nochmal umschauen Dann wollen wir uns nochmal umschauen Dann wollen wir uns nochmal umschauen Fahen wir hier irgendwie Leute? Na Na Komm Und Ab Und Ab Und Ab Häng ich denn hier? Verdammt nochmal Das ist so ein scheiß Stein eigentlich Wie viel ist das hier? Zu dem hier wollte ich, wa? Okay Waaah Okay Okay Haben die einen Blood Dragon unter Kontrolle? Nimm das! Okay Ich merke schon Das bringt nichts Was? Ähhh Ich sollte versuchen ihn Die verdammten Bastiare da Uiuiuiuiui Der Typ haut rein Sooo Jep, der haut rein Sooo 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 Ich krieg den schon noch, pass auf Sooo So 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 See So 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 Ich sollte auf jeden Fall Heilung kaufen, das ist definitiv sicher.